Sturmtief Antonia steuert Bayern an. Was kommt da auf uns zu? Und wie geht es weiter nach dem massiven Pflegeskandal in dem Heim in der Augsburger Ebnerstraße? Diese Fragen klären wir im heutigen Nachrichtenwecker. Es ist Montag, der 21. Februar. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Nach Orkantief Zeynep kommt jetzt Sturm Antonia auf uns zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem vor umstürzenden Bäumen. Die starken Winde in den vergangenen Tagen haben nämlich viele Bäume bereits ins Wanken gebracht. Und wenn der Regen dann auch noch den Boden aufweicht, kann es leicht dazu kommen, dass ein Baum umstürzt. Haltet euch also vor allem heute möglichst nicht in Wäldern oder Parks auf. Und versucht auch eure Autos lieber von Bäumen oder hohen Masten wegzuparken. Auch herabstürzende Dachziegel sind eine ernstzunehmende Gefahr. In Bayern rechnen die Meteorologen vor allem in den höheren Lagen mit orkanartigen Böen. Da können schon mal Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern zusammenkommen. Außerdem soll es heftige Schauer und Gewitter geben. Am Montagabend haben wir die Stürme dann aber erstmal überstanden. Ab Dienstag ist wieder auf besseres Wetter zu hoffen. Falls ihr eine Bahnfahrt in den Norden plant, dann informiert euch lieber kurzfristig über eure Verbindung. Laut der Deutschen Bahn kann es im Fernverkehr, besonders im Norden Deutschlands, noch bis zum Nachmittag Einschränkungen geben. Die Omikron-Variante wird von Experten zwar als mildere Corona-Variante bezeichnet. Trotzdem sind gerade sehr viele Menschen krank und können nicht zur Arbeit gehen. Darunter leidet auch die Augsburger Wirtschaft. Viele Unternehmen müssen gerade kurzfristig umplanen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich in Quarantäne sind. Zum Teil ist es mit Umsatzverlusten verbunden, weil bestellte Waren nicht geliefert werden können oder weil eine andere Dienstleistung nicht erfüllt werden kann. Das betrifft auch sehr viele Handwerkerinnen und Handwerker. Sie müssen Servicetermine zum Teil verschieben oder sogar absagen. In Branchen, wo vor allem Frauen arbeiten, ist es besonders schwierig. Die kümmern sich nämlich in den meisten Fällen um die Kinder, wenn diese krank sind oder in Quarantäne müssen und fallen dann ebenfalls aus. Das Pflegeheim in der Augsburger Ebnerstraße war in den vergangenen Wochen sehr oft in den Schlagzeilen und leider nicht aus einem erfreulichen Grund. Recherchen von Journalisten des Bayerischen Rundfunks haben dort nämlich erhebliche Mängel bei der Pflege festgestellt. Alte Menschen sollen zu wenig zu essen und zu trinken bekommen haben. Außerdem wurden sie gar nicht oder nicht richtig medizinisch versorgt. Zuletzt war dann auch noch ein massiver Corona-Ausbruch dazugekommen. Jetzt hat die Augsburger Stadtverwaltung das Heim endgültig geschlossen. Alle 86 Bewohnerinnen und Bewohner wurden in andere Heime verlegt. Laut Angaben der Stadt stand das Heim bereits seit dem vergangenen Jahr unter intensiver Beobachtung. Der italienische Träger Sereni Horizonti habe auch einige Auflagen erfüllt. Zuletzt habe es aber keine andere Möglichkeit mehr gegeben, als das Heim zu schließen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek hat nun eine Offensive angekündigt, um den Schutz von alten Menschen in Pflegeheimen zu verbessern. Wie es mit dem Wetter aussieht, darum ging es ja schon in der Sturmmeldung. Hier aber nochmal ein kleiner Ausblick mit den heutigen Temperaturen. Morgens ist mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei 4 Grad. Am Nachmittag erreichen die Höchstwerte etwa 7 Grad. Und für den ganzen Tag gilt eine Sturmwarnung. Mein heutiger Gast im Nachrichtenwecker ist jemand, den ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr den Podcast häufiger hört. Es ist nämlich mein Co-Moderator Manuel André. Hallo Manu, grüß dich. Hallo Greta. Manu, du arbeitest ja auch als Redakteur für die Augsburger Allgemeine. Und du hast neulich eine sehr besondere WG besucht, nämlich in der Rosenau-Straße. Dort wohnen sage und schreibe 28 Menschen miteinander in einem Haus. Ich glaube, jeder, der schon mal in einer WG gewohnt hat, der wird sich jetzt fragen, wie kann das denn bitte funktionieren? Ja, ich habe mich auch gefragt, wie das funktionieren kann. Und man muss aber da dazu sagen, dass es schon einzelne abgetrennte WGs sind. Nur der große Unterschied ist, der Schlüssel steckt einfach. Also im Prinzip kann jeder überall hingehen, wo er möchte. Aber schlussendlich sind es abgetrennte Wohnungen, wo dann immer vier, fünf Leute gemeinsam wohnen. Aber in dem Haus, da steht einfach die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Also es kennen sich so gut wie alle. Sie lieben es auch einfach, gemeinschaftlich zu kochen, was zu unternehmen, im Garten zu sitzen. Also wenn man da in dieses Haus einzieht, ich habe da auch mit einem Bewohner gesprochen, der meinte, wer in dieses Haus, in eine WG einzieht, zieht auch immer in das ganze Haus ein. Du warst ja in dem Haus zu Besuch. Erzähl doch mal, was für Menschen da leben. Jetzt denken vielleicht viele ja, 28 Menschen, das muss so eine Kommune sein. Das müssen alles Hippies und Aussteiger sein. Das ist gar nicht der Fall. Also da wohnen Menschen wie du und ich, ein Lehrer, Handwerker, Pflegekräfte. Also wirklich Menschen wie du und ich, die auch in einer normalen WG, sage ich mal, in einer normalen Wohnung wohnen könnten. Aber sagen, sie würden, sie wohnen lieber wirklich in einer Gemeinschaft zusammen. Das klingt nach einem sehr geselligen Miteinander, aber leider nicht mehr lange. Die Groß-WG muss nämlich bald ausziehen. Was sind denn die Hintergründe? Der Hintergrund ist eigentlich, dass das Haus, ja, das ist direkt an den Bahngleisen in der Rosenaustraße. Und das Haus, man sieht es auch schon von außen, es ist schon etwas älter. Und der Vermieter möchte das Haus jetzt renovieren. Also er möchte das Ganze, wie er sagt, auf die neuesten Standards bringen, auch klimatisch vor allem, die Heizung und so weiter. Dass das alles auch den neuesten Standards entspricht. Und vermutlich funktioniert das Ganze nur, indem das Gebäude abgerissen wird. Und dementsprechend möchte der Vermieter, dass alle Mieten ausziehen. Das war auch in den Mietverträgen so vereinbart worden, dass es rechtzeitig angekündigt wird. Dann aber wirklich alle möglichst schnell auch ausziehen müssen. Das hat dann auch zu einem etwas größeren Streit mit den Mieten gesucht, kann man sich vorstellen. Weil sie natürlich aus ihrer kleinen heilen Welt, die sie sich da irgendwie gebaut haben, wo die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht, dass sie das eben verlieren durch den Auszug. Wie geht es den Bewohnern denn jetzt, mit dieser Aussicht, das Haus bald räumen zu müssen? Ich würde sagen, am Anfang waren sie alle ziemlich, erstens glaube ich, traurig, aber auch ein bisschen wütend auf den Vermieter, weil es dann so ein paar Spielchen gab, wie zum Beispiel, dass zuerst der Auszug inoffiziell angekündigt wurde. Und dann, ja, es wurde schon versucht, irgendwie Druck auf die Mieten auszuüben, indem auch die Kellernutzung, die zum Beispiel mündlich zugesichert war, der Mieter hat gesagt, dass er das nicht bestätigen kann, dass es diese Zusicherung gab. Aber der Keller wurde eben lange Zeit immer auch von den Mieten genutzt. Und da haben immer Partys stattgefunden und so. Und da gab es dann so Spielereien, dass die Keller nur zum Beispiel entzogen wurde, nur um, ja, nicht nur, aber die Mieten sagen, dass dadurch ein gewisser Druck ausgeübt wurde, dass man einen Aufhebungsvertrag unterschreibt. Und dieser Aufhebungsvertrag wurde dann auch unterschrieben. Das heißt, Ende September müssen dann alle ausziehen. Die Bewohner und Bewohnerinnen sagen, ja, es bricht so ihre heile Welt, die sie sich da gebaut haben, diese heile Welt bricht für sie zusammen. Es wird ein Stück Familie fehlen, sagt zum Beispiel Jonas Sonntag, das ist einer der Bewohner, der ist Lehrer. Und wie soll es jetzt weitergehen für das Großprojekt 28 Personen WG? Also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, war ich immer so der Tenor, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie alleine zu wohnen. Ich möchte teilen, ich möchte in einer Gemeinschaft wohnen. Und dann kam bei vielen so die Idee auf, ja, lass sowas nochmal machen. Und die Idee ist jetzt tatsächlich, sie wollen ein Haus kaufen. Und jetzt sind sie auf der Suche, wollen alle zusammenlegen und wollen in Augsburg, in der Augsburger Umgebung versuchen, ein Haus zu finden. Da sind sie allerdings noch auf der Suche. Und die haben auch zu mir gesagt, wenn dieser Artikel rauskommt, Manu, kannst du da mal schauen, dass da vielleicht, vielleicht meldet sich ja jemand mit einem Haus, wo wir da rein können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da zufällig was wisst, dann meldet euch doch gerne. Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Und falls tatsächlich ein neues WG-Projekt entsteht, dann werden wir natürlich auch hier im Nachrichtenwecker weiter darüber berichten. Das war mein Kollege Manuel André. Vielen Dank, Manu, für die Einblicke. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Ukraine-Krise droht nach wie vor zu eskalieren. Heute treffen sich deshalb die EU-Außenminister mit ihrem ukrainischen Amtskollegen, um über die jüngsten Entwicklungen zu sprechen. Mit Besorgnis werden vor allem die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine gesehen. Und der britische Premierminister Boris Johnson stellt heute seine Pläne zur Abschaffung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte vor. Es wird erwartet, dass die britische Regierung ab März lediglich empfiehlt, im Fall einer Infektion zu Hause zu bleiben. Es ist dann aber kein Muss mehr. An dieser Stelle gibt es immer ein lustiges Schmankerl. Heute habe ich mal einen Veranstaltungstipp für euch im Gepäck. Das Augsburger Modular-Festival startet dieses Jahr wieder im großen Stil. Es werden bis zu 30.000 Besucher erwartet. Der Termin steht schon fest, nämlich vom 3. bis 5. Juni. Und nun haben die Veranstalter auch die ersten Bands angekündigt, die auftreten werden. Die ersten sind schon mal alte Bekannte, nämlich die Leoniden aus Kiel. Die haben früher schon mal auf dem Modular-Festival gespielt. Ebenfalls freuen darf man sich auf die alternative Pop-Künstlerin Ali Neumann, das neunköpfige Instrumental-Kollektiv Jungle by Night und den Künstler Shelterboy aus Leipzig. Das Modular findet übrigens nicht mehr wie vor einigen Jahren im Wittelsbacher Park statt. Dort hat es nämlich Schwierigkeiten mit Anwohnern gegeben. Neuer Veranstaltungsort ist das Gaswerk. Da freut man sich doch direkt auf den Festival-Sommer. Ich hoffe, der wird in diesem Jahr endlich mal wieder richtig entspannt. Jetzt müssen wir aber erstmal durch dieses Sturmtief durch. Also haltet euch von Bäumen fern und passt auf euch auf. Mein Name ist Greta Prinster. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de. Verzesseur Johnny. Untertitelung des Dr. Goldsberg. Verzesseur быть. Werte, was in der Wurzensein��� ambiente hat? Oh und so auch. subscribe. Warum? Ich danke.